Guten Abend, liebe Leute. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich es in einem Durchlauf schaffe oder ob ich Pausen brauche. Wir sind in Woche Nummer 39, der 26. September bis zum 2.10. Und wir gucken rein. In der Replay-Liga hatten wir in Liga 14 ein paar Spiele. Und zwar Immok gewinnt 2-0 gegen Blechfaust, ich gewinne 2-1 gegen Buggy und Tromtrom gewinnt 2-1 gegen Gamefront Germany. Tabelle nach dem zweiten Spieltag auch noch nicht so spannend, sag ich mal so. So, und dann gucken wir mal weiter durch. Wo haben wir denn noch? Da, in Liga 8 gibt es Spiele. Und zwar haben wir Spieltag 2. Herold 2-0 gegen Grubenhubert, jetzt hätte ich fast wieder Grubenlord gesagt, der Grubenhubert. Und Andi gewinnt 2-0 gegen Jeddu. Und am dritten Spieltag Andi gewinnt 2-0 gegen Grubenhubert. Und Jeddu gewinnt 2-0 gegen Lulu. Tabelle nach drei Spieltagen ist schon interessanter. Wir haben zwei Spieler mit 3-0, nämlich Herold und Andi. Und wir haben dann Jeddu mit 3-1 danach. Also Tabelle so ein bisschen zweigeteilt, wobei Gartenzerk ja schon raus ist. In Liga Nummer 7 haben wir Pulsar mit einem 2-1 gegen Spahnmeister. Das ist ein Nachholspiel vom ersten Spieltag. Und wir haben Abyss 2-1 gegen Hulli-Mulli und Stahlbolzen 2-0 gegen Pulsar am zweiten Spieltag. In der sechsten Liga haben wir ein 2-1 von Zayn gegen Warner. Wir haben ein 2-0 von Panzerfahrer gegen Käsebrot. Und wir haben ein 2-0 von Tavi gegen Mr. Cannons. Und in der Tabelle alles relativ ausgeglichen. Tavi vorne, Käsebrot hinten, alle anderen 1-1. Und dann geht es weiter in Liga Nummer 2. Da haben wir den zweiten Spieltag mit einem 2-1 von Zagrisch gegen Luke. 2-0 gewinnt Roost oder Raust gegen Jumanji. Nummer 1 gewinnt 2-2-1 gegen Össi und Venture 2-0 gegen Vares. Und da haben wir eben auch Venture vorne, Zagrisch vorne, Luke und Össi mit 0-2, alle anderen 1-1. In der ersten Liga gab es auch keine neuen Spiele. Deswegen gehen wir weiter in den Leipzig Esports Community Cup. Da gab es nämlich einiges an Ergebnissen. Das ist das Minor Bracket mit Dante, der 3-2-1 gewinnt im Finale. Dann der dritte Platz, äh der zweite erstmal einen anderen Exus. Der dritte an Phoenix, der vierte an Spahnmeister. Der fünfte geht an Immok, der gewinnt gegen Aris, der dann sechster ist. Und dann haben wir noch Bala auf sieben und Amralon auf der acht. Im Major Bracket haben wir Luke als Sieger von Zentex. Danach kommt Aylith auf Platz 2. Dann kommt nur Mercy. Dann kommt Main. Auf Platz 5 haben wir Thor. Auf Platz 6 haben wir Herold. Auf Platz 7 haben wir Wanner. Und auf Platz 8 haben wir Baumesbaum. Und dann gucken wir in die normalen Turniere rein. Das Big Game Weekly war schon wieder fast eins. Hero Marine bis ins Finale gekommen. Da rausgeflogen oder da verloren. Rausfliegen kann halt nicht mehr viel. Showtime ebenfalls im Halbfinale. Erst raus gegen Clem. Dann haben wir noch Kung Fu Banda hier oben auch gegen Clem rausgeflogen. Also alle verliegen gegen Clem, wenn man so will. Und dann haben wir hier noch weitere Spatzwan mit dabei. Verliert gegen Time. Holy Hill verliert gegen Max Packs. Und dann sind wir durch. Und gehen in den OSC Masters Cup 146. Gruppe D. Foyumi war dabei. Spatz war dabei. Foyumi war auch relativ erfolgreich. Schafft hier 2-0 gegen Spirit. 2-0 gegen Spatz. 2-0 gegen Miksu. Miksu? Wie auch immer. Ein 0-2 gegen Christiana. Und ja, damit ist er dann auf dem zweiten Platz. Spatz leider nicht ganz so erfolgreich. Mit 4-4 hat gegen Spirit unentschieden gespielt und gegen Christiana unentschieden gespielt. Ein Sieg gegen Miksu und eine Niederlage gegen Foyumi und Christiana müsste es dann gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und damit leider raus. Zentex Arena Nummer 8. Das ist das Duell des großen Turnier-Augas gegen den Turnier-Streamer. Oder gegen den allgemeinen Zentex-Streamer hier. Saver gewinnt. 4-2 gegen Beast. Ja, geht 3-1 in Führung. Dann holt Beast nochmal ein bisschen auf und dann geht es das 4-2 für Saver. Dreamhack läuft. Ihr wisst es alle. In Gruppe A haben wir drei Deutschen mit dabei. Nämlich Hero Marine. Der ist auf Platz 1 im Moment. Lambo, der ist auf Platz 2. Beide aber gleiche Stats. Nee, Quatsch. Beide Platz 1 ist es sogar. Wollte gerade sagen. Alle Stats gleich. Also sind es dementsprechend auch beide auf Platz 1. Haben noch nicht gegeneinander gespielt. Und dann der Deutsche Nummer 3. Ist hier Battle B. Der ist allerdings nicht ganz so erfolgreich wie die anderen beiden. Im Moment 0-3. Hoffen wir mal, dass er hier noch irgendwie ein Netsch holt. Und vielleicht nicht doch letzter wird. Gucken wir nochmal in Gruppe B. Da sind Showtime und 4Yumi drin. Showtime mit 2-1. Gut auf Kurs würde ich sagen. 4Yumi mit 1-2. Auch noch nicht raus. Also da geht auch noch was. Je nachdem wie die nächsten Ergebnisse sind. Hat auf jeden Fall gegen Geralt gewonnen. Lass mich kurz schauen. Genau, gegen Geralt 2-1. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Wenn man dann bei mir denkt, dass Geralt 2-1 ist. Also mal sehen, ob wir es vor Yumi und Showtime hier noch so reisen können. In Gruppe D haben wir Kung Fu Banda dabei. Steht auch 2-1. Dementsprechend auch hier ganz passabel bisher. Machen wir weiter mit dem OSC King of the Hill Nummer 108. Da haben wir dabei gehabt Foyumi. Der fliegt direkt raus gegen Geralt. Hier hat er direkt verloren. Dann hatten wir No Mercy mit dabei. Verliert gegen Miksu und damit auch direkt raus. Und auch Soon verliert gegen Art direkt leider wieder. Dann gucken wir nochmal Vulcan Cup 22 Group Stage 2. Gruppe B ist mittlerweile fertig. Feto aber leider ausgeschieden. Dementsprechend keine positive Nachricht, aber eine Nachricht. Passioncraft Season 15 Qualifier Nummer 2. Da habe ich jetzt nur gesehen Blut Milan. Und ich glaube alle anderen sind International Leute. Also Blut Milan aber auf jeden Fall qualifiziert für die Group Stage. Und dann sind wir auch tatsächlich schon am Ende. Und dann war es das für diese Woche. Ich sage wie immer, es ist noch nicht vollständig. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie weitere Ergebnisse. Wenn ihr welche habt, dann immer gerne in den Discord Posten, in den Ergebnisse Channel. Dann kommt es nächste Woche mit rein. Und jetzt wünsche ich euch dann erstmal noch einen guten Start in die Woche. Ist ja Feiertag. Könnt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen ausruhen. Und ja, haut rein.